Metallische Rohstoffe oder auch Metalle aus seltenen Erden sind derzeit gefragt wie nie. Sie werden für den Leichtbau, für Elektrogeräte, Automobile, aber auch für die Energiewende gebraucht. Und der Bedarf wird steigen. Aber, wie der Name schon sagt, diese Rohstoffe sind selten. Ihre Gewinnung durch Bergbau außerdem weder umwelt- noch menschenfreundlich. Der Run auf Rohstoffe wirft viele Fragen auf. Wie können wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir möglichst wenige Ressourcen brauchen? Und was können wir tun, damit im Prozess die Rechte aller eingehalten werden? Antworten gibt es im neuen Magazin Böll-Thema mit dem Titel Blendwerk, der globale Hunger nach Rohstoffen und seine Folgen für Mensch und Umwelt. Diese Sonderfolge in unserer Reihe Böll-Fokus gibt einen Einblick in das Heft. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo! Noch nie wurde das Thema metallische Rohstoffe so heftig diskutiert wie derzeit. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat dem Thema nochmal einen Push gegeben, sagt Johanna Südo. Sie leitet das Referat Internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und verantwortet den Inhalt der Ausgabe rund um das Thema Rohstoffe. Und zwar hat man gemerkt, naja, so wie es mit dem Gas und so kommt, kann es halt auch mit den Rohstoffen kommen. Wir sind extrem abhängig von gewissen Ländern im Bereich von Rohstoffen, also metallischen Rohstoffen, insbesondere China. Das Land, von dem wir besonders abhängig sind, 80 Prozent aller seltenen Erden kommen aus China. Und auch bei vielen anderen Rohstoffen kommen 50 Prozent, zum Beispiel Kobalt, Lithium und Mangan, werden in China veredelt. Also wir haben viele Rohstoffe, die aus China kommen, aber es werden auch ganz viele dort geschmolzen. Und deswegen haben wir da eine Marktkonzentration. Metallische Rohstoffe werden oft schon als das neue Öl bezeichnet, mit ähnlicher geopolitischer Bedeutung. Geopolitisch sehen wir sehr viel. Es gibt viele neue strategische Partnerschaften mit der EU und anderen Ländern, wo man versuchen will, eben besseren Zugang als China zum Beispiel zu diesen Rohstoffen zu bekommen. Fakt ist, die Industrie braucht immer mehr metallische Rohstoffe. Sie kommen zum Einsatz in Batterien und Akkus für Smartphones und Tablets, für Elektroautos und Fahrräder, in Solaranlagen, in Glasfaserkabeln, die in den Rotorblättern von Windkraftanlagen stecken, im Leichtbau und in der Luft- und Raumfahrt. Alles Industriezweige, die in Zukunft expandieren und damit noch mehr Metalle brauchen werden. Dabei ist der Abbau nicht unproblematisch. Ja, der Boom auf Rohstoffe ist deswegen problematisch, weil wir eben wissen, dass der Rohstoffsektor einer der Sektoren ist mit den meisten Menschenrechtsverletzungen und oft die Menschen, die dann um ihre Rechte gekommen sind durch Zwangsumsiedlungen, durch Gesundheitsschäden, weil sie jahrelang schmutziges Wasser getrunken haben, dass sie auch gar nicht zurechtkommen und Schäden einfach auch irreversible sind. Um Metalle wie Aluminium, Gold und Stahl zu gewinnen, werden Wälder gerodet, Flüsse vergiftet, Menschen ausgebeutet und ganze Ökosysteme zerstört. Umweltpolitisch kann man einfach mal gleich sagen, es gibt leider den nachhaltigen Bergbau, gibt es nicht. Bergbau hat natürlich immer eine irreversible Auswirkung und ganz, ganz zentral in dem Kontext ist immer das Wasser. Also es braucht unheimlich viel Wasser und das ist oft für Gemeinden, die in Bergbauregionen leben, nachher der Faktor, dass sie keinen Zugang zu Wasser mehr haben, dass jetzt das Wasser verschmutzt ist. Allein das Gold, was in einem Handy drin steckt, verursacht schon 100 Kilogramm Abraum, das heißt Gesteinsreste, Geröll. Der Abraum wird dann oft einfach auf Felder irgendwo draufgelegt, versorgt dann wieder die Böden, blockiert den Leuten vor Ort die Felder. Also es sind so Dimensionen, es sind immer die Rohstoffe, sind so kleine Körner, die metallischen, die wir dann hier haben, aber der Fußabdruck ist wesentlich größer. Wie stark der Bergbau in Ökosysteme eingreift und wie groß die Schäden für Umwelt und Menschen sind, das wird ausführlich im Böll-Themenheft zu Rohstoffen dargestellt. Dort könnt ihr zum Beispiel ein Interview mit einer Aktivistin über die Folgen des Abbaus in Chile lesen. Außerdem wird dargestellt, wie die nationalen Institutionen in Peru die Folgen des Bergbaus nicht in den Griff bekommen und das Leben von Hunderten von AnwohnerInnen weiter gefährdet ist. Und es geht um die Rechte bzw. die Entrechtung von Indigenen, wenn auf ihrem Grund- und Boden Rohstoffvorkommen entdeckt werden. Den Link zum Heft haben wir in unseren Shownotes mit euch geteilt. Wir haben es schon angedeutet, durch den Abbau wird nicht nur die Umwelt verletzt und zerstört, sondern auch Menschenrechte, zum Beispiel der Zugang zu sauberem Wasser oder der Zugang zu Land. Oft findet der Bergbau in Ländern statt, in denen Menschenrechte und Umweltschutz nicht durch Standards geschützt sind. Zum Beispiel kommt viel Nickel aus Indonesien. Kupfer wird zum Beispiel stark in Chile und Peru abgebaut. Das sind zwei Hauptabbauländer. Lithium kommt jetzt aus Australien oder aus dem Lithium-Dreieck, wie man immer sagt, aus Argentinien, Bolivien, Chile. Zum Beispiel gibt es auch Lithium-Vorkommen in Deutschland. Das weiß man gar nicht so. Aber ja, hier werden sie noch nicht abgebaut. Das ist dann ja leichter, das günstiger meistens woanders abzubauen, wo eben dann die Sozialstandards anders sind und die Umweltstandards anders sind. Um Menschenrechtsverletzungen einzudämmen, gibt es seit Januar 2023 das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz. Allerdings gilt es nur für Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Auch wenn das Gesetz im Prozess viele Abstriche machen musste, sei es ein wichtiger Paradigmenwechsel, so Johanna Südo. Das Lieferkettengesetz ist jetzt der Versuch, gerade eben Sorgfaltspflichten entlang von Lieferketten zu etablieren. Dass Unternehmen dann schauen müssen, ihre Lieferketten auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken überprüfen müssen. Und wenn sie diese finden, dann Maßnahmen ergreifen, um dagegen vorzugehen. Das ist sicherlich ein Schritt. Das wird aber nicht ausreichen. Warum es mehr braucht und was es braucht, auch das könnt ihr detailliert im Böll-Themenheft nachlesen. Dort hat Johanna Südo einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Derzeit wird übrigens noch über das Lieferkettengesetz der EU verhandelt. Es sei aber zu befürchten, dass das Gesetz zum Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Klima hier verwässert werde, befürchtet Johanna Südo. Der Grund ist ein anderes Gesetz vom Frühjahr 2023. Der EU-Critical Raw Materials Act. Das europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen, das unheimlich schnell durch das Parlament ging und insbesondere industriepolitische Interessen berücksichtigt. Und gleichzeitig sehen wir eben so eine Agenda, wo es sehr um die industriepolitischen Interessen geht, wird extrem schnell durchgepeitscht. Und so ein Gesetz wie das Lieferkettengesetz, wo es darum geht, Menschenrechtsstandards zu setzen in Rohstofflieferketten, braucht viel länger. Und wir sehen einfach da, dass es sehr schwierig ist, auch da gerade eine menschenrechtspolitische Agenda zu setzen. Der EU-Critical Raw Materials Act soll den Import von kritischen Rohstoffen diversifizieren und die heimische Versorgung stärken. So gibt es Vorkommen von seltenen Erden auch in Europa, unter anderem in Schweden. Lithium gibt es in Deutschland, Tschechien und Serbien. Bisher war die EU zurückhaltend, hier den Bergbau voranzutreiben. Noch immer werden metallische Rohstoffe überwiegend in Südamerika, Russland, Australien, dem afrikanischen Kontinent und China gewonnen. Das ist ein Gesetz, das eben gerade versucht, mehr Unabhängigkeit von China im Rohstoffsektor herzustellen. Das macht es mit verschiedenen Elementen. Zum einen, indem man den Recyclingsektor hier stärkt, was durchaus sinnvoll ist, dass wir einfach mehr recyceln. Der andere Punkt ist mehr bergbar, auch in Europa. Und dann auch zu schauen, wie können wir strategische Partnerschaften mit anderen Ländern machen, um an diese Rohstoffe ranzukommen. Das Ziel der strategischen Partnerschaften hört sich erst einmal gut an. Mehr Mitspracherecht und mehr Wertschöpfung im eigenen Land für die Regionen, in denen der Abbau stattfindet. Johanna Südow sieht das aber skeptisch. Dann immer mit dem Argument, wir werden es besser machen, wir machen es besser als China, schließt doch mit uns Abkommen ab. Und wir werden es euch ermöglichen, dass ihr auch mehr davon profitiert, von diesen Rohstoffen vor Ort. Und wir werden Wertschöpfung vor Ort einbringen. Aber wir sehen gleichzeitig, dass die EU auch Handelsinstrumente stärken will. Und dass sie genau gleichzeitig auch Indonesien verklagt hat dafür, dass sie ihre eigene Rohstofflieferkette stärken wollen. Also Wertschöpfung im Land schaffen wollen. Das heißt, wir sehen da durchaus auch sehr eine Rhetorik, die erst einmal auch ernst gemeint werden muss und auch wirklich mit Maßnahmen untersetzt wird, damit auch Wertschöpfung vor Ort passieren kann. Allerdings gibt es schon Inseln der Zusammenarbeit. In Chile arbeiten seit Anfang des Jahres ein staatliches Unternehmen und ein großer deutscher Konzern zusammen, um die dortige Kupferproduktion zu modernisieren und nachhaltiger zu machen. Auch fairere Handelsabkommen, etwa mit Chile oder Neuseeland, würden eine sichere Rohstoffversorgung stärken. Allerdings, so Johanna Südo, muss Europa auch die eigenen Vorkommen angehen. Wir können aber nicht immer nur sagen, wir in Europa wollen die Rohstoffe verwenden und wir bauen sie hier nicht ab. Das geht absolut nicht. Wir müssen genauso die Rohstoffe hier abbauen. Wenn wir Rohstoffe nutzen wollen, müssen wir sie genauso hier abbauen. Aber wir müssen uns ganz gut überlegen, wie wir eben den Konsum reduzieren. Und wenn wir jetzt in manchen Bereichen mehr Rohstoffe für eine Energiewende brauchen, brauchen wir gleichzeitig weniger fossile Energien. Von dem her insgesamt sparen wir dann damit auch Rohstoffe ein. Aber dann müssen wir, wenn wir mehr metallische Rohstoffe jetzt für diese Bereiche brauchen, müssen wir zum einen schauen, dass wir da hohe Standards, wirklich hohe Standards beim Abbau setzen. Und dass wir auch gewisse Gebiete haben, wo wir kein Bergbau stattfinden darf. In Quellgebieten, Gebieten mit einer hohen Biodiversität. Und wir müssen wirklich schauen, wie wir pro Sektor, wo wir reduzieren können. Es gibt so viele Potenziale für diese Reduktion und die müssen wir einfach erst mal anschauen und dann umsetzen. Die Reduktion der Rohstoffe, also den Einsatz von Rohstoffen zu begrenzen, ist ein wichtiger Punkt beim EU-Critical Raw Materials Act, der weitgehend fehlt und nur minimal im Parlamentsentwurf des Gesetzes angelegt ist. Dabei könnte auch das eine Strategie sein, unsere Wirtschaft resilienter zu machen. Wichtig ist, die Reduktion muss über das Recycling hinausgehen. Man kann oft zum Beispiel aus einem Handy nur ganz wenige von den 30 bis 40 Metallen und Mineralien, die in so einem Handy drinstecken, wieder zurückgewinnen. Und das braucht auch wahnsinnig viel Energie, sondern dass wir also wirklich nicht mal ein Viertel, wahrscheinlich ein Fünftel oder ein Sechstel von den Rohstoffen, die in einem Handy sind, können wieder gewonnen werden. Denn der Rest geht immer verloren beim Recycling. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, wie wir solche Geräte lange nutzen, wie wir sie von Anfang an so konstruieren, dass sie gut repariert werden können, dass sie modular gebaut werden. Und da gibt es zum Beispiel auf der EU-Ebene auch gewisse Regulierungen, über die das ermöglicht werden kann. Und insgesamt müssen wir auch einfach zum Beispiel wieder mehr reparieren und so einen Sektor, einen Reparatursektor nicht aussterben lassen. Und da sehen wir zum Beispiel gerade das Risiko, dass wir bald kaum mehr Leute haben, die überhaupt reparieren können. Recycling ist nur der drittbeste Weg, Rohstoffe zu gewinnen. Auch dazu gibt es einen Beitrag im Böll-Themenheft. Selbst wenn fast alle Rohstoffe, die technisch recycelbar sind, tatsächlich recycelt würden, könnte das den rasant wachsenden Rohstoffbedarf global nicht decken. Die Lösung muss größer angelegt sein. Johanna Südo nennt den Verkehrssektor als Beispiel. Im Moment bauen wir sehr stark auf Mobilität, also Individualmobilität. Und es wäre durchaus sehr, sehr sinnvoll, wenn wir den öffentlichen Verkehrssektor noch stärker ausbauen, dass es einfach auch interessanter wird, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, weniger Autos zu brauchen. Ein Auto ist ein wahnsinniger Ressourcenschlucker, dass wir auch da schauen, dass wir nicht jedes Verbrennerauto mit einem E-Mobil ersetzen. In städtisch, nach Regionen kommen wir durchaus auch mit weniger Autos aus, dass wir eben da Alternativen schaffen. Es gibt Studien, die zeigen, dass man auch je nachdem, wie man Batterien macht, dass man sie in kleiner macht oder so, dass man da auch wirklich sehr, sehr viel Lithium sparen kann. Die Reduktion ist auch Ergebnis einer Kreislaufwirtschaft. Wie die auch global funktionieren kann, dazu gibt es einen ausführlichen Artikel im Böll-Themenheft. Derzeit gibt es viele Ideen. Was fehlt, ist die politische Unterstützung, so Johanna Südo. Es gibt zum Beispiel auch die Bauwende, eine Initiative, die sich das mal genau anschaut, wie man eben Ressourcenschonender bauen kann. Es gibt da viel, es braucht aber teilweise eben auch noch die politische Flankierung dafür, dass das auch wirklich umgesetzt werden kann. Und ganz zentral ist, glaube ich, dass wir erstmal Ressourcenschutzziele haben, also dass wir uns überhaupt erstmal das Ziel setzen, die Ressourcen wirklich zu schonen, weil wir das noch nicht haben. Und wenn wir keine Ziele setzen und nicht messen, was wir in dem Bereich machen, wird es schwer, da wirklich dann Fortschritte zu machen. Es gibt also noch sehr viel zu tun beim Thema Rohstoffe. In diesem Podcast haben wir euch einen Einblick gegeben. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt in die Shownotes und schaut euch das Böll-Magazin zum Thema Rohstoffe an. Das gibt es auch als Online-Ausgabe. Das war der Podcast Rohstoffe aus der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast-at-boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. In der kommenden Folge geht es um die Energiewende in Indien. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll-Fokus Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Böll-Spaar Böll-Stiftung Böll-Stiftung Vielen Dank.